herzlich willkommen meine lieben zuschauer hallo youtube guten morgen nachmittag und abend hier nils und weiter geht's mit emmy's green mart wir haben hier den supermarkt ich glaube das ist schon unser vierter zusammen mit emmy hier jetzt aufgenommen jetzt heißt es kunden hier schön durch den laden führen die entsprechenden pakete hier aufmachen die entsprechende regale füllen und natürlich auch die mitarbeiter rené peter rosa an der kasse und den cowboy max der für die körper zuständig ist auf trapp zu halten dass wir hier alles richtig machen und wir gehen in den zweiten tag rein meine damen und herren verpasst keine entsprechenden folgen guckt auch die anderen folgen an um sie zwei euro truck simulator rocket league cgo und das strike oder kamechanik oder guckt euch youtubers live an sondern man halt hier noch alles voll und dann die 2 da 270 hammer nicht das nächste mal schauen wir mal dass man heute besonders fleißig sind da haben wir also hier die hier oh wir haben was neues dann schrecken wir mal ab dann macht sich hier noch einen roten und grün dass das jetzt haben wir das natürlich nicht angepflanzt schauen wir mal ob das negativ sich auswirkt ich denke ja was ist das ja jetzt steht sie hier um nicht gut aber ein dieb ein dieb hat der läuft vorbei das ist ja witzig jetzt können wir hier ist nicht gut wir können schon mal das aufladen hier unten haben wir ja vier frei immer oben die machen dann haben wir hier schon mal einen kleinen vorrat ja das war nicht schlecht sondern können wir nämlich dann eben hier befüllen und den hier befüllen und den automaten machen das ist cool du kannst schon mal rené wieder wahl anpflanzen du kannst sauber machen das schaut gut aus cool so hier grün aufladen blau aufladen kasse bitte nicht vergessen nils und hier ein ja dann machen wir erstmal den hier an den hier passt soweit man im wagen drin wir haben noch ein grünes drin ist lassen wir einfach noch mal ein bisschen großer an der kasse dreckig ist es noch nicht da was war man jetzt hat man die hier noch auf und sauber machen peter okay das hat sie auf dem wagen drauf ein grünes dann holen wir noch ein blaues ein rotes ein grünes die katze füttern rené macht hier weil die neuen anpflanzungen rosa geht an die kasse so jetzt können wir hier rot rot blau grün machen das passt wunderbar merkt schon das müssen wir erweitern 230 das schaut gut aus grün kannst du noch aufnehmen jawohl es wird ja immer besser jetzt habe ich ein bisschen den trick raus 256 gilt es jetzt zu schlagen na dann versuchen wir mal unser glück länger mal das kümmer schaffen wenn euch das konzept gefällt dann bitte abonniert unseren kanal und drückt die glocke jetzt probieren das nochmal machen wir jetzt 1 fang immer bei rené an ach so das darf ich jetzt nicht machen sonst fälschen wir das ja müssen immer bei rené anfangen sagen jetzt können wir hierher gehen grün rot rot blau dann kann man das schon mal voll machen bessern der war alarm dort schauen wir mal noch ist nicht dreckig muss er nicht putzen was haben wir auf dem wagen waren es nicht da ich sehe es nicht du musst putzen jetzt ein bisschen dreckig ja hier na genau wo ist ihr wagen ist immer blöd dass man den zieht müssen wir warten ist dass hier voll ist das ist natürlich total doof ich habe mich angerufen jetzt kann sie hierher hierher und hierher wieder putzen hier ja rot ist nicht voll da schlecht gemacht erwarten tut mir leid jetzt habe ich nicht angepflanzt das muss ich jetzt das alles wieder ein bisschen der junge mann ist bedient jetzt kommt die das star angepflanzt jawohl es passt so weit die kasse du kannst putzen ja das wird schon 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 was machen denn jetzt dann noch mal hier noch mal die rüben rein tun rot blau grün rot blau grün kasse katze putzen einpflanzen da muss man jetzt erst wieder ein bisschen reinkommen 206 50 ja das könnten wir schaffen das könnte man schaffen so hier müssen wir wässern zweimal rot grün blau da können wir hier die zwei noch machen ein das schafft man nicht das schafft man ja 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 aber geschafft ich muss noch ein bisschen reinkommen um einmal machen wir noch es ist eine kurze session da kann man kann man dreimal spielen das dauert jetzt ein bisschen bis man reinkommt also anpflanzen dann haben wir hier rot rot grün blau rot rot blau grün jetzt habe ich nicht aufgepasst schade zweiten wert habe ich mir nicht aufgeschrieben aber das kann man ja im nachhinein noch mal nachgucken so blau ist voll oder was hier die rüben kannst der wahl holen die rüben die kann man dann hier rein tun sondern kann man hier noch mal das machen namen will genügend voll oh gott ich habe nicht gesagt er soll ein pflanzen die will natürlich jetzt hierher wahrscheinlich so jetzt gehen wir mal hierher und dann zum automaten das habe ich nämlich jetzt kennengelernt den kann ich nämlich schon vorher bearbeiten war das die nein es war kein die was haben wir denn hier grün kann sie machen rot kann sie machen blau kann sie machen den mann hier bearbeiten beziehungsweise sagen wo die milch steht die milch steht hier dann zweimal rot kann sie das hier machen es ist ja alles da ja das passt ich bin immer noch nicht ganz drin es dauert immer ein bisschen rot hat sie drin was das passt das passt ob junge kann arbeiten die kassiererin die rosa kann dass sie rasieren kassieren hallo was ist mit ihm jetzt geht er wieder den hammer verloren verloren ja den hammer verloren also blau an der nix dafür soll aber anders hingehen ich kann auch nur arbeiten aber tatsächlich ein verloren das tut mir sehr leid dauert immer ein bisschen bis mal reinkommen das ist immer ganz schwierig so meine damen und das war ein weiterer tag im laden von emis super bio markt das ist immer ganz schwierig so meine damen und das war ein weiterer tag im laden von emis super bio markt wenn euch das gefällt dann abonniert den kanal gibt uns einen daumen nach oben drückt die glocke ganz wichtig schreibt einen kommentar wenn ihr wollt und dann sehen wir uns in zwei tagen wieder beim dritten teil dann schauen wir mal wie es weitergeht schaut auch die anderen teile an zum beispiel von johnny csgo counter strike oder um sie zwei oder wohl der vor kraft klassik ich bedanke mich für euer interesse gehabt euch wohl wo immer ihr seid und lasst euch einfach heute noch gut gehen euer nils